What's up, motherfucker? Hey! Was geht bei euch ab? Ich hab gestern, ähm, hab ich meinen Rank bekommen. Ich bin Master Guardian Elite. Ich bin ja beim letzten Community-Abend auf Level 3 gestiegen. Gestern hab ich dann, ähm, das letzte Spiel gemacht. Ich hab mir dann im Nachhinein gedacht, warum hab ich's nicht aufgenommen, ich vollidiot. Äh, aber egal, eben diese 10 Spiele sind erledigt. Und jetzt kann's weitergehen mit dem Spaß. Jetzt kann's weitergehen. Ihr habt ja, ähm, das Chaos Opening kommt später raus. Ihr habt ja bereits gesehen, dass ich diese ultra-coole AWP gezogen hab. Zogen, sagt man das so? Ich hab's hier gezogen. Oder gewürfelt. Ich hab's hier gekauft. Für 2 Euro noch was. Also, wenn man so will. Und jetzt dachte ich mir, wir machen hier einfach mal das erste, äh, Spiel. Das erste Matchmaking-Spiel auf diesem Kanal. Was? Und damit hab ich noch die Kills geklaut. Ähm, ich merk schon, das ist natürlich super hier. What's up, motherfucker? Also, mal schauen, was so... Mal schauen, was so eskaliert hier mit den Kollegen. Ich hab auf jeden Fall meinen Stat-Tracker dabei, den hab ich ganz neu. Guck mal, ich hab schon 2 Euro umgebracht da mitten. Hm, hm. Und ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt, äh, noch ein paar Leute da auf diesen Tracker hier, äh, ja. Geh mal zur Seite, lass mich das gerade mal machen. Oh mein Gott, wie, was hab ich gemacht? Äh, 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 lass mich jetzt kurz machen. Beat, 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 beat. Alter, mate, hast du mich angeballert grad? Dankeschön. Ich guck, dass ich die Spiele noch weniger schneid. Weil, da wollt ihr ja wirklich sehen, wie es läuft. Und es war ja schon mal ne ganz gute Runde, aber mein Aiming ist ungefähr so. Da ist einer. Naja, naja, aber immerhin, äh, hab ich, äh, kein Stern. Ich hab die Bombe geleckt. Das gibt vorneweg mal 8 Sterne, sowas. Let's go, ich hab schon wieder die Bombe. Let's go. Oh, wie sind sich alle hier erstmal schön, ähm. Ich seh schon, wir gehen wieder, wir gehen wieder an. Gerade eben haben mir alle Hallo gesagt, aber irgendwie will keiner ansagen. Soll ich ansagen? Ich werd angerufen. Oh mein Gott, ich raste aus. Ah, shit, hab ich jemanden, ich hab ein Mate getroffen. Banana, wanne. Ah, weißt du, jetzt werd ich angerufen. Das ist echt zum Kotzen, wirklich. Let's wanne was, banana. Terrorist, smile. Oh mein Gott, Handy, ich will kurz antworten, weißt du. So, jetzt geht's weiter, ich kann jetzt nicht antworten. Man muss auch Prioritäten setzen im Leben, ne? Genade. Scheiße, voll geflasht. Also, wir gehen anscheinend, banana. Oh, oh. Alter. Komm, lass gut sein. Ey, ritt mich jetzt auf. Es ruft mich zwei verschiedene Personen an. Verfickte Kacke. Schon auf A gehen, komm. So. So. Ich bin so behindert, wirklich. Aufkommt jetzt. Ey, das ist so ärgerlich. Mein Puls ist gerade auf 100.000. Was machen die? Hengelpilz wird auch fast am Spawn. Wisst ihr noch letztens in der Aufnahme, wie die Leute Spawn geschrieben haben? Spawn. Diese Leute sind ganz schlecht. Das war auch ganz schlecht. Wisst ihr, bei so Leuten ist der Game Pool halt sehr, sehr seicht in diesen Städten, wo sie wohnen. In diesen Dörfern wahrscheinlich. Ey. Ein AP. Was hab ich getan? Nein. Ja. Nein, was? Hätte ich hier Nate einfach geschmissen, wäre weg, dann wäre der gesprengt gewesen und ich hätte vielleicht den Mates noch helfen können. Aber die wurden beide geklatscht, also von daher. Naja, okay. Also ich würde sagen, das läuft aber auf jeden Fall noch. Ja, die AP weg. Weiter, 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 weiter. Leck mich am Ärmel. Leck mich am Ärmel. Hab ich grad, hab das gesehen? Alter, lebt die Kamera überhaupt auf. Ist die Kamera gleich leer? Ey, es kommt alles zusammen, ohne Witz. Bitte lasst eine Atombombe auf die Erde fallen. Zwei AWP, na super. Geh ich einfach mal in falsche Mitte? Nein, nein, nein. Ey, ey, ey. Er war nicht geflasht. Nein, dann gib mir B. Wenn die zwei auf A geklatscht haben, rennen die wahrscheinlich eher alle nach A. Hopp. Dann lass mal Fatima smoke schmeißen. I'm setting the bomb. Läuft ein ganz kleines bisschen. Wer reportet denn hier schon wieder wehen? Also, es ist ja wirklich ultra krass, wie das hier abgeht. Also, die Kollegen haben mich schon drauf vorbereitet, dass sie ja schnell mal von wegen He took my AWP and he died first. For corruption. Wow. Und ihr lasst mich nicht zurück. Vielen Dank. Ey, aber ich hab keine, ich hab kein Ding gekauft. Ich hab... Kein Kävler. Oh Scheiße. Er geht nach links und kommt dann wieder zurück. Unglaublich. Ich bin gespannt, Kinder. Ich bin gespannt. Also, ihr seid überrascht, dass ich diesen Rang hab. Diesen Doppel-AK-Rang, weil der wohl doch schon sehr gut ist. Aber, ähm, ich bin halt gut. Ich bin halt einfach gut. E Empotel-Doppel-A Mic-Allen-Ange nochmal ab貢-Stack. Okay. Na! Da fickt mich einfach der Nächste. Aber ja klar, dass er weiß, dass ich komme. Ich kille da seinen Mate und komme auch tatsächlich den Weg. Also ich bin echt schweinedumm. Ich hätte einfach über Heuballen hochgehen sollen. Oder einfach den Mates. Dann hätten wir nämlich die Runde gewonnen. Ist das peinlich. Ist das peinlich. Ich habe jetzt schon zwei Siege gekostet. Ne, halt. Das eine hat er vorhin ja geholt. Einen Sieg habe ich jetzt schon gekostet. Das ist nur aufgrund meiner Dummheit passiert. Kaufen wir oder kaufen wir? Na, mehr Kave jetzt mal. Ich muss auch ein bisschen die Hyperbeast hier zeigen. Nein. Man merkt aber, wenn ich sterbe, verkackt das Team. Also werden sie jetzt wahrscheinlich wieder verkacken, wenn der Meister nicht da ist. Ist natürlich schlecht. Ist das ein Scheiß, wirklich. Nur ich habe schon dahin gezielt, damit ich Team klatschen kann, der da vorbeiläuft. Der rüber will auf, was weiß ich, Hausmeister oder hoch auf Teppich oder sowas. Der vielleicht vorne lang geht eben, man weiß es nicht. Und dann steht der AWP da so. Was für eine Eko. Ich habe noch 400 übrig behindert. Noch eine Nate und Rüstung gekauft. Was mache ich? Ich weiß auch nicht. Ich springe rum und tanz. Tanz wäre ein wilder Hund. Eko, Eko, Ultra Eko. Gar nichts kaufen. Nackt. Nein. Nur 36. Nur der erste Börse hat das überhaupt getroffen. Dieser Headshot, der lebt echt gefährlich, weil er immer noch rausrennt, aber ich habe es nicht gebacken bekommen. Und ich hatte sogar wieder Ultra den Vorteil, ne, mit meinem Rücken zu mir stand. Aber ich konnte es nicht verwandeln. Diesen Sieg. Wo ist dieser Pisser? Oh. Headshot war mal auf B, okay. Soll ich ja direkt blenden. That's how we do it. Boah, leck. Scheiße, übel ist die leckerei gerade. Oh nein. Oh mein Gott, wie soll ich denn so spielen? Alter, no chance. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht. Okay, ich mache mal kurz das Recording aus. Soll ich ja wieder angemacht? Wahrscheinlich war das nur die Festplatte oder sowas. Ich hoffe, es... Und ich zeig mich. Zum Glück nimmt es jetzt wieder auf. Ey, gerade eben, die Ding war ja wirklich drastisch. Wisst ihr, bei mir steht hier oben dann einfach nur 45 FPS. Was ja eigentlich, was ja eigentlich noch geht. Aber es ist so, es fühlt sich an wie ein Zehnsäckstuhl. Und ich konnte wieder nicht hier mein volles Potential, weil ich mich so aufrege. Das ist wirklich, also ich meine, das ist keine richtige Rage-Folge, weil ich ja nicht uprage, aber innerlich, Leute, ich könnte wirklich, ich könnte mich aufregen. Ich finde es wirklich wunderschön, wenn die Welt heute untergehen würde. Einfach alles zu Ende. So, zack, kurz und schmerzlos. Aber das kann es ja nicht, weißt du, weil das ist schwer, so die Welt untergehen zu lassen. Ich hab die Bombe, ich hab sie ja schon. Nein, 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 nein. Merkt das? Dieses verschissenes Auto-Weapon-Fick. Guck mal, vielleicht kann ich euch das zeigen, warte mal. Na, das da oben drauf, was gerade so eklig aussah. Ich hab da irgendwann mit dem Fingernagel mal reingedrückt und dann kam so ein schwarzer Scheiß raus. Und das ist jetzt so, manchmal hängt es, er macht so klack. Ich will die Waffe wechseln, aber es ist unmöglich, weil ich dann irgendwo hinwechsel. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, welche Waffe ich bekomme. In so Gefahrensituationen ist es, äh, ähm, Wichse. Ich muss mit diesen dummen Tasten da oben spielen. Es ist ärgerlich, es ist so ärgerlich. Ich hab hier keinen Geschwür. Nee, gehst ins Haus, ich geh ins Haus. Na, das sind mehr Schamöre. Geh einfach die falsche Mitte hoch. Na, wieso alle da stehen? Wir haben verloren. Ich geh jetzt ins Haus rein, Mann. Und ich will nix hören, ich geh wieder was. Voll die Schlachtung hier gerade. Was, nochmal, Ico? Ey, Leute, jetzt haben wir doch schon so viele Runde abgegeben. Also, das ist echt, äh, schwach. Läuft. Alter, es sind noch drei. Wir verwursten das hier voll. Hm, jeder, der noch. Der Tipp. Immerhin die AWP gesaved. Sehr kacke. Bis jetzt. Alter, fährt er beim Spielen ein Auto. Ey, der zittert. Ja, na, also, es geht doch ein bisschen. Also, Leute, kommt. Ich geh jetzt da hoch. Wir gehen zu zweit hoch. Ich verstehe schon. Wie wir sie jetzt klatschen? Bei denen ist schon mal einer weniger. Deswegen ist das natürlich gerade so einfach. Die haben mal einen bis gegangen oder wurde, was weiß ich. Apartment. So verhindert, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Er schmeißt der Flash, geht davon aus, dass ich geflasht bin und kommt hoch. Und anstatt, dass ich irgendwie mich einfach nur umdrehe und ihn dann warte zu klatschen, laufe ich auf ihn zu, was wäre schon mal meine Chancen verringert, irgendwie, ne? Gerade zu schießen. Während ich den Fehler begehe, denke ich mir, nein. Hat er echt saugut gemacht, als er da noch gewartet hat und nicht einfach blindlingslos gerannt ist. Ich muss mir die M4 mit Schalldämpfer in meinen Biascript reinschreiben. Bombs down. Ich habe noch sieben mal weh. Good job. It's injury. Ah, nein. Wie behindert. Er guckt so raus. Wieder enough of my bloods. 100, 100. Beides noch. Geil. Ey, aber dass das erste kein Headshot war, hat mich kurz verwundert. Ne, ich stehe so da und denke. Hm, soll ich jetzt wirklich aufhören zu schießen? Habe ich schon gut gemacht. Mit der, mit der Smoke in der Hand. Ich fick dich jetzt, Junge. Ich fick dich. Das ist ein immer ein guter Plan, auf die Bombe zu schießen. Ich habe so dumme Tode immer dabei, so richtig blöde, wo man sich denkt, was, warum? Dieses Standard, Gefechte, ne? Gefecht verloren, Feuer, Firefight verloren, okay. Aber dieses, ich kille jetzt mal alle mit der Smoke in meiner Hand. Das sind die Tode, die, äh... Wisst ihr, das fängt automatisch, also von alleine an zu scrollen, weil dieser scheiß Krümel manchmal hängenbleibt und dann 80 Stunden später dann scrollt. Roll eine neue Maus. Ich warte auch gar nicht, bis der Smoke aufgeht. Der Smoke kann ich gar nicht verdienen. Scheiß die Wand da. Immerhin, immerhin Zweiter, wie sie sich freuen. Ja, danke, danke, danke. Ich weiß, ich weiß. Ja, also dann, äh, vielen Dank fürs Zusehen, ne? War eine sehr ärgerliche Runde, aber scheiß nah, oder? I just came. Ciao. 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 Ciao.